Es war eine unglaubliche Lehre. Es gibt Mannschaften, die brechen an so einer Niederlage auseinander. Und bei uns war es eben der andere Fall. Uns hat es alles wirklich zusammengeschweißt. Unser Weg ist noch nicht zu Ende, Männer. Wir haben noch einiges zu tun. Irgendwie hat man was gemerkt, dass heute der Tag gekommen ist. Das hat mich sehr sicher gemacht. Jetzt will ich diesen Pokal haben. Robin! 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 Das ist das Tor! Der Ball, glaube ich, hatte 5 kmh. It's Iron Robin! Es ist das Schönste, mit meinem Verein die Champions League zu gewinnen. Es ist das Schönste, mit meinem Verein die Champions League zu gewinnen. entweder er ist oder nicht. Einer, ich wäre so bereit für uns. Das ist es, macht mich. Und ich bin so. Die Within-Bereiliere ich. Und wir sehen uns.